Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Motel Destino, der ab dem 14. November in den deutschen Kinos zu sehen sein wird und der uns ein bisschen den Winterblues vertreiben möchte mit, ja, ich sage, nordbrasilianischem Feuer und Fieber. Lida, spürst du das Fieber auch in dir? Oh ja, es brodelt geradezu im grauen Berlin. Oh ja, und hier in Köln sieht es auch nicht besser aus. Es ist alles trist, es ist kalt, es ist grau, es ist ungemütlich, aber Motel Destino wird vielleicht uns die Stimmung erheitern. Wir werden es herausfinden. Lida, kannst du uns eben kurz aufklären? Motel Destino, worum geht's? Im Prinzip handelt dieses Ganze von einem Roadside-Motel, wo der junge Geraldo, 21 Jahre alt und nach einem schiefgegangenen Drogendeal, mehr oder weniger auf der Flucht, sich zu verstecken sucht, was dann zu einer Anstellung führt. Und einigen, ja, sehr verschlungenen Affären mit dem heißblütigen Hotelbesitzer Elias und dessen ebenfalls heißblütiger Frau Diana, die beide noch ganz eigene Komplotte schmieden und einige surreale Mächte scheinen da auch in Gange zu sein. Das Ganze wird also zu einer Orgie aus Lust und an, ja, unterschwellig brodender Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Motel Destino ist der neue Film von Karim Alnouz, der, glaube ich, vor ein, zwei Jahren diesen Firebrand inszeniert hatte mit einer internationalen Besetzung. Der es aber, warum auch immer, glaube ich, bislang nicht nach Deutschland geschafft hat. Weißt du da mehr? Da weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass Firebrand eben genau wie Motel Destino seine Premiere in Cannes feierte, auch positive Kritiken bekommen hat, unter anderem von mir und eigentlich alles hat, was einen Kinostart rechtfertigen sollte. Warum der jetzt keinen bekommen hat, das ist mir tatsächlich nicht klar. Okay, aber Motel Destino hat einen bekommen. Ich glaube, wie viele Medien sind es, die ihn ins Kino bringen. Und so viel kann ich schon mal dem Film zugutehalten. Er hat schon einen sehr individuellen Look, der auf einer großen Leinwand sehr zur Geltung kommt. Also gerade die Neonfarben kommen raus, dann die Hitze. Also du sitzt wirklich in diesem Kino und du merkst den Schweiß. Du hast das Gefühl, du riechst den Schweiß, du spürst die Hitze auf deiner Haut. Und hier ist schon mal ein ganz klares Lob. Die Kamera, das war eine gewisse Helene Lovat. Also visuell, finde ich, ist der Film wirklich formidabel. Absolut. Und da merkt man, was man auch schon in Firebrand und in etwas zurückhaltenderem Maße in Future Beach gesehen hat. Nämlich, dass dieser Regisseur immer einen sehr spezifischen Look kreieren kann, der von Film zu Film grundverschieden sein kann. Wenn man also zum Beispiel eben dieses Historiendrama Firebrand mit Motel Destino vergleicht, dann könnten diese Filme in ihrem Äußeren kaum verschiedener sein. Und diese Neonoptik, die hier entsteht mit ja retro 80er Jahre Farben, das schäbige, schmierige dieses im Prinzip Stundenhotels, ist also kein einfaches Urlauberhotel, sonst ist tatsächlich so eine Art Sexabsteige, wo man dann vielleicht eine Nacht, aber auch nur ein oder zwei Stunden verbringt als Paar oder mehrere Menschen auf der Suche nach einem Platz zum Sex. Das ist hier wirklich in ganz intensiven Farben dargestellt und vielleicht auch der faszinierendste Ort des Films und zu Recht auch Haupt, also zu Recht Titelort. Sex zieht sich ja wirklich durch diesen Film mit einer sehr hohen Konstanz. Ich finde allein schon, also der Film beginnt dadurch, wir sehen diesen Heraldo, wie er mit seinem Freund am Strand steht und irgendwelche Übungen macht und da hatte ich schon das Gefühl, da knistert irgendwas und auch wenn die beiden, sag ich mal, nicht zusammenkommen, aber ich merkte irgendwie, dass dieser Heraldo immer irgendwie angetrieben wird von so einer Art Lustsuche, von so einer Art Trieb und wenn er dann an dieses Motel Destino kommt, also in dieses Stundenhotel, betrieben halt von Diana und ihrem Ehemann Elias, dann entfaltet sich das immer mehr. Es war so eine Art, ich weiß nicht, ob es das Wort Lusttrieb geht, aber irgendwie würde ich den Film so beschreiben. Es war so eine konstante Suche nach Lust, nach Trieb, aber dabei nicht so animalisch, es war immer noch so was Menschliches, ich kriege das gar nicht besser beschrieben, aber ich finde dieser Film Art mit Sex, so kann ich es gleich ausdrücken. Ja, absolut, das ist sicherlich eine sehr interessante Auseinandersetzung mit Sex und einer spezifischen Form von Erotik und Ästhetik, insbesondere queerem oder homoerotischem Sex, aber nicht nur, es gibt auch sehr viel Heterosex, aber gerade diese brodelnde, unterschwellige Atmosphäre, auch Lust, Suggestivität ist also kein reiner Vögelfilm sozusagen, sondern es geht ja auch um Begehren, um Verlangen, es geht viel um Fetischismus, um Erotik oder Suggestivität von bestimmten Objekten, um Signalfarben, auch um Kleidung, die Leute tragen da einen, wie ich schon sagte, sehr an die 80er erinnern, sehr farbintensiven und auch sehr, ja, trashig, protzigen Look und dieser ganze Stil prägt den Film wesentlich mehr als irgendeine durchgehende Handlung. Die Handlung ist im Grunde sehr schlicht und macht auch nicht immer Sinn, hat auch so einige Wendungen, die dann fast schon aberwitzig wirken, aber hier geht es eben nicht um das, was passiert, sondern es geht darum, wie es aussieht. Ich fand es auch vor allem ganz interessant, dass, also diese Figuren, also diese drei Hauptfiguren, durchaus, wie gesagt, von so einer Art Lusttrieb angetrieben werden, schöne Wortkombination, aber wie sie dann selbst mit, weil Sex ist ja auch quasi ihr Job, sie betreiben dieses Hotel und wie sie dann mal selbst dann mit dem Sex der anderen umgehen. Das fand ich war so ein schöner Kontrast, so innerhalb dieses, ich nenne es mal einfach ganz grob, dieses Beziehungsrechts brodelt es total, aber sobald sie sich halt darum kümmern müssen, dass jetzt Kunde A hat irgendwie das Kondom dann liegen lassen, dann ist es einfach nur ein Job. Und das fand ich ja im Kontrast echt interessant und spannend, weil ich weiß natürlich, es gibt diese Stunden in Hotels, aber ich kenne sie halt meistens immer nur aus so billigen Filmen, wo halt eben die Cops ankommen und dann irgendwelche dummen Fragen stellen, aber so mal hinter die Kulisten zu gucken, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, auch so als Setting. Ja, tatsächlich gibt es sogar auch hier in Berlin, soweit ich weiß, noch ein altes, zumindest ein altes, klassisches Stundenhotel. Tatsächlich ist es so, dass diese Angebote von Tageshotels, es ist ja so, dass auch ganz normale Standardhotels wie, was weiß ich, Ibis oder dergleichen, diese üblichen Hotelketten, ihre Zimmer stundenweise anbieten. Da kann man dann am Nachmittag oder so zu einem relativ billigen Tarif für zwei, drei Stunden ein Standardhotel mieten. Oder es gibt die Airbnb-Optionen, die dann oft, selbst wenn man den ganzen Tag bucht, was ja meistens das Mindeste ist, mitunter so preiswert sind, dass man weniger zahlt als ein Stundenhotel und eine nettere Atmosphäre hat. Und dadurch ist das einfach etwas, das sozusagen verschwunden ist. Es ist so ein bisschen so ein Relikt der Vergangenheit, zumindest hier in Deutschland, in anderen Ländern wie zum Beispiel Japan, wo es ja diese bekannten Love-Hotels gibt, die dann auch Themenzimmer und all sowas haben. Dann kannst du in das Mittelalter-Schloss gehen oder in die Steinzeit-Grotte oder dergleichen oder ins Weltraum-Zimmer. Da ist das ja noch ganz anders. Da geht es ja dann auch an diesen Orten, so ähnlich wie das hier Motel Destino darstellt, ganz viel um spezifische Atmosphäre und Design und nicht nur darum, okay, hier steht ein Bett und da ist eine Dusche und da ist der Mülleimer oder irgendwie so. Ja. Jetzt habe ich schon viel Gutes über Motel Destino gesagt. Ich gab aber so ein, zwei Sachen, die mich dann doch ein bisschen gestört haben und dann dafür gesorgt haben, dass ich den Film zwar jetzt schon als empfehlenswert beschreiben würde, aber ihm jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht den Goldenen Stu vergeben. Und ihr wisst, ich vergebe sehr gerne den Goldenen Stu, aber den Goldenen Stu bekommt Motel Destino nicht. Und einer der Gründe, warum ich mit dem Film trotz der ganzen Sonne und dem ganzen Speis nicht so richtig warm wurde, ist leider Iago Xavier. Das ist der Hauptdarsteller, der den Geraldo spielt. Und ich habe mich ein bisschen informiert und das ist so seine erste wirklich größere Rolle. Und das merkt man leider. Ich finde, dass gerade er schon Probleme hat, ja, das Seelenleben seiner Figur mir zu offenbaren. Da sind die anderen beiden Hauptdarsteller, Natalia Rocha und Fabio, oh Gott, Aston Kiao, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, die geben mir da schon wesentlich mehr. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ich fand ihn auch nicht besonders stark als Darstellender. Und was mich da noch wesentlich mehr gestört hat, waren aber die Queerphoben und Homophoben-Untertöne. Dass wir viel voyeuristischen Sex haben, heißt nämlich noch lange nicht, dass der Film dadurch ein positives oder realitätsnahes Bild von queeren Menschen vermitteln würde. Im Gegenteil haben wir hier einige wirklich, ja, art verstaubte, aber hartnäckige Negativ-Klischees, wie zum Beispiel, dass Queerness eingesetzt wird, um einen psychopathischen oder negativen Charakter noch verdorbener und negativer darstellen zu lassen. Dass buchstäblich ein Queerer, also ein schwuler Verehrer von Geraldo als Bedrohung für seine heterosexuelle Beziehung zu Diana erscheint. Und das dadurch eben in einem, ja, sehr unangenehmen Licht erscheint. Nämlich wirklich das Typische, ohne dass es irgendwie ironisch oder sonst irgendwie kritisch untergraben wird, haben wir hier also Queerness als Bedrohung für die heteronormative Beziehung, die sich dann aber zum Glück davor retten kann. Und das hat mir sehr stark missfallen. Ich will damit nicht unbedingt sagen, dass der Regisseur zwangsläufig irgendwie homophobe Intentionen haben muss, aber diese Message ist einfach da. Ich muss auch sagen, dass diese Figur des Hoche, das ist ja sowas wie der Hausmeister in diesem Stundenhotel, ich fand sie auch relativ unnötig irgendwie. Also ich hätte das, glaube ich, gar nicht gebraucht, weil zwischen diesem Dreieck aus Geraldo, Geraldo, hier ist der andere, Elias und halt eben Diana, da hat es eigentlich schon genügend Knister und, ja, Konfrontationspotenzial gegeben. Und ich muss auch sagen, gegen Ende, wenn der Film dann fast, also fast schon ein bisschen in Richtung Thriller schielt, das war mir dann auch irgendwie too much tatsächlich. Also da hat er mich dann auch verloren. Tatsächlich ist das so ein bisschen wie dieser Anfang, der am Ende nochmal ange, so ein bisschen aufgegriffen werden soll. Der Film fängt ja auch völlig überdreht mit diesem Drogengeschäft an, was dann für die längste Laufzeit, also den längsten Teil der Laufzeit einfach fallen gelassen wird. Also da merkt man deutlich, dass dieses Drehbuch nicht nur ein paar Holperer hat, sondern wirklich die reinste Schottersteinstraße ist. Und auch da gibt es zum Beispiel eine negativ gezeichnete Transfigur. Dann gibt es in diesem Motel Destino nochmal so ein eindeutig so als queeres, tuntiges Klischee gezeichneten, eifersüchtigen Kollegen. Also ist es nicht so, dass Elias, also der Ehemann von Diana, die einzige negative Figur mit homosexuellen Tendenzen wäre, sondern da gibt es gleich mehrere. Und obwohl Heraldo Begierdeobjekt ist für, ja, queeres Verlangen und auch als solches auch inszeniert wird, als so ein ganz spezifischer, leicht machomäßiger Typ, wie so ein Pin-Up männlich ist, ist er eben letztendlich vorwiegend straight. Und das unterstreicht es nochmal, dass wir eben nicht eine negative queere Figur haben, sondern alle queeren Figuren, die in diesem Film vorkommen, sind auf die eine oder andere Art negativ gezeichnet. Und das ist mir dann sehr, sehr übel aufgestoßen. Auch wenn dieser Film definitiv am Rande des Camp agiert, ist das trotzdem noch keine Entschuldigung oder kein Freigrief dann für so eine Message. Was ich noch ansprechen könnte, und dann steht auch auf meinem Zettel zumindest nichts weiter, aber ich fand es auch ganz nett, dass der Film so ein bisschen erzählen möchte über das Verlangen, weil es gibt in diesem Film, gibt es kein Maß. Es wirkt alles immer so überbrotend. Also selbst wenn gegessen wird, dann isst Heraldo nicht, dann verschlingt er. Und wenn ihr dann auch die Lust überkommt, diese Sex-Szenen, die sind ja nicht besonders explizit oder so, aber auch die, die haben wenig Zärtlichkeit. Es ist immer so eine Art von Trieb, immer so ein Verschlingen. Also es ist für mich so ein Film gewesen über das Verschlingen und das zieht ihr dann auch relativ konsequent durch. Sogar so weit, dass der Abspann dann auch so übertrieben ist, dass ich das Gefühl hatte, der Abspann ist quasi nochmal so ein Club-Konzert. Quasi noch die musikalische Untermahnung für die Leute, die jetzt noch während des Films es überkommt und deren Partner noch ein bisschen intim werden möchten im Kino. Ja, was durchaus zum Inhalt passen würde. Also wir würden das nicht machen, weil wir sind anständig. Aber falls ihr das machen wollt, bitte, aber bitte verhüte. Genau. Krankheiten, ne? SDI. Gib SDI keine Chance. Genau. Oder überleg mal, du vögelst da im Kino mit jemandem und der hat einen schlechten Filmgeschmack und das überträgt sich auf dich. Weil ja auch keiner. Furchtbar. Okay. Also ich habe gesagt, ich habe auf meinem Zettel nichts mehr stehen, aber was steht auf deinem Zettel? Haupt nur noch Fazit. Gut, dann machen wir ein Fazit. Dann Lida, bitte, dein Fazit. Ja, Motel Destino. Ein stylischer Ort, der definitiv ausgrund seiner Schauwerte einen Besuch wert ist. Aber was sich da alles inhaltlich ansammelt, ist mehr als fragwürdig und mitunter so unangenehm dreckig wie die Absteige des Titels. Darum ein sehr zwiespältiges Kinoerlebnis, was auch darstellerisch nicht mit der handwerklich tadellosen Regie und dem exzellenten Szenenbild mithalten kann. Ich fand ihn ganz gut. Für mich war der größte Störfaktor der Hauptdarsteller, der einfach die Qualität seiner Figur nicht richtig zur Geltung bringen kann. Und man kann dem Film vielleicht auch noch anmaßend sagen, dass er vielleicht ein bisschen zu überinszeniert ist. Aber ansonsten war das schon eine ganz interessante Zeit vor der Leinwand, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, das ist ein Film, ich glaube, das ist kein Film für den Endstream. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber wenn ihr Interesse an dem Film habt, geht auf jeden Fall rein. Wie gesagt, ab 14. November in den deutschen Kinos. Und eins kann ich euch versprechen, Sonne bekommt ihr in dem Film satt. Und damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Oder auch Kommentare. Lasst uns also gerne einen Kommentar da. Wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de und wir haben eine wunderschöne Community-Präsenz auf Discord. Tele-Stammtisch slash Discord. Schaut da gerne mal rein. Könnt ihr uns Feedback geben und mit uns und mit vielen anderen Leuten quatschen. So wie ich heute es mit Lida getan habe. Lida, ich danke dir für deine Zeit. Ich sage Tschüss und dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.